Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bitte schön, dass es eben durchgekommen ist. Vielen Dank, Frau Jürgen. Das Telekom von Böhring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat. Und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotzen. Ein paar Vanille, ein Faulpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer. Wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luft machen! Die Luft machen! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spektakel wählen. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar! Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner! Der Führer ist der Führer! Der Führer hat die Fassung verloren und er wird sich wieder fangen. Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton! A few moments later... Jjem000-Jjem月 Das hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst so zu schreiben hat. Seit Monaten. Ich muss es loswerden, mein Führer. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Ich musste es Ihnen sagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. What the fuck? Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Zimmer durchsuchen. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dieser Versager. Dieser Schmacheratz. Mein Fingel! Ja! Ja, 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 ja! Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Ja! 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 Ja!